Sie waren jetzt in Novels im Kindergarten der Wähler. Haben Sie schon lange gewusst, was oder war das eine kurzfristige Entscheidung? Nein, eine kurzfristige Entscheidung heute. Haben Sie das gleiche gewählt wie bei der EU-Wahl oder hat sich das nochmal geändert? Das gleiche. Gibt es irgendwelche Themen, die Ihnen wichtig waren oder haben Sie eine Partei gleich von vornherein können ausschließen? Wir haben sicher jemanden ausschließen können, ja. Und Themen sind eigentlich die, die erwähnt worden sind in den ganzen Veranstaltungen. Ja, die mir auch wichtig sind. Und was sagen Sie dazu, wie wichtig ist es Ihnen, dass man wählen geht? Sehr wichtig. Wieso denn? Weil ich glaube, jeder sollte weiterhin das Recht haben, seine Stimme abzugehen und die Demokratie soll es halt weiter leben.